Und ich geh mir erstmal Energie holen. Kommt, das hat doch keinen Sinn mit der Wohlcandys. Die ist doch... Ich seh nix. Jetzt. Was ist das für Mist? Sie haben... Sie haben Zeit leider aufzuhängen, aber irgendwie mal so ne Lampe oder so. Nööööö. Lampen. Licht wird völlig überschätzt. So, mal ein bisschen Licht hier machen. Warum bleiben die Flares nicht leuchten? Ich mein... Warum gehen die wieder aus? Das ist doch... Das ist doch nix. Also. Merke. Wenn ihr keine Leitern braucht, bringt keine an. Bringt lieber ein paar Leuchten an. So ein paar Lampen, nöööö. Das erhöht auch den Verkaufswert, glaubt mir. Wenn ihr mal irgendwann einen minenverseuchten Roboterschacht habt, ne. Ich hab immer noch die scheiß Vulkan-Kern und Collected. Ich lade auch wegen jedem scheiß, ne. Wie wird das erst mal kommen? Kommt mal eine Konga-Alarm schon verroht werden? Oh Gott. Oh nein, ich hab meine Infanterieeinheit verloren. Ich besser, ich lade erst mal wieder. Oh nein, ich hab noch eine verloren. Besser, ich lade mal wieder. Oh mein Gott. Ein Gebäude hat einen Punkt seiner Energie verloren. Besser, ich lade erst mal wieder. Oh, ich hab seit zwei Stunden nicht mehr gespeichert. Besser, ich fang nochmal das ganze Spiel von vorne an. Oh nein. Ich habe auf das falsche Icon geklickt. Besser, ich starte das Spiel nochmal von vorne. Langsam werden die echt unfreundlich. Oh, was? Bei mir werden die längst an die Ecke geknallt. Oh Gott. Etwas läuft nicht so wie geplant. Besser, ich fang nochmal von vorne an. Hat doch auch noch irgendwo einer. Ich sehe ihn nicht. Na gut, weiter auf den Hulk halten. Ich sollte mal wieder speichern. Ach, Blödsinn. Speichern ist was für Noobs, ey. Deswegen mache ich das jetzt auch gleich, wa? So. Wer ist denn da noch so am Leben, hm? Ah, da drüben. Ich muss sagen, schießen ist schön, aber treffen wir auch mal nicht ver... ... verkehrt, boah. Diese Explosionen. Was schießen denn die da, hä? Explosive Laser. Das ist kein Laser, das ist ein explosiver Laser. Der explodiert, Baby. Vor allem, wenn du ihn da in der Hand hältst, explodiert er nicht. Sind wir noch nicht tot? Was ist das für hartnäckiger Mistkerl? Stirbst du jetzt bitte mal? Hättest mich nicht treffen müssen? Sterben hätte mir gereicht. Hallo, Gegner. Hallo. Kein Gegner. Oh nein, da kann sich ja unmöglich ein unsichtbarer Gang verstecken. Ach, ihr könnt mich mal. Energie. Nehme ich mit. Was ist das noch? Achso, hab ich schon. Ah ja, das sind nutzlose Takeden. Die keine Zielsuchen haben. Deswegen nicht Zielsuchen fliegen. Wie die Zielsuchen im Takeden. Nicht legen. Du sollst gerade... Ach, warum machst du das jetzt? Hallo? Hörst du mal auf, damit ich ständig hier krumm zu stellen? Da stelle ich mich krumm. Ach, ich bin an der Wand dran. Boah, was zur Hölle? Ah, ich seh den nicht mal richtig. Was zur Hölle war das denn? Okay. Na, herz aller Liebst. Danke. Boah, die knallen alle gegen die Wand. Wie sinnlos ist das denn? Ich seh da hinten nicht mal was. Was ist denn? Ach, jetzt... Kack, wende da. Ich seh ja nicht mal was. Ach, ja, Fick dich doch. Ach. Warum kann man das jetzt ein wenig heller drehen? Das ist doch sch... Ach, Fick dich. Welche Raketen fliegen nur gegen die Wand. Die Schüsse treffen ihn irgendwie auch überhaupt nicht. Dann sehen tue ich ihn auch nicht richtig. Was auch immer. Er ist tot. Was auch immer das war. Geh auf. Naja, so viel zum Thema. Er ist tot. Luigi. Super, da oben sind noch mehr. Ich muss das bei den ausschalten. Auch wenn ich ihn nicht richtig sehe. Das ist jetzt ein Gegner oder schwebt da einfach nur irgendwas anderes in der Gegend rum? Scheint nur irgendwas in der Gegend rum zu schweben. Gott. Baste. Ich seh ja nicht mal was da wo ist. Fick dich doch. Wo war der denn jetzt schon wieder? Ja, fantastisch. Moment. Lalalala. Hahaha. Ja, ich weiß sogar, dass dein Gegner ist, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Das war jetzt ganz toll lustig. Oh, dahinter ist bestimmt kein Geheimgang. Ist es auch nicht. Hätt erzestet ihn nicht. Oder hab ich keinen Laser, mit dem ich Türen aufschneiden kann? Yeah. Ein Türaufschneidlaser. Das wär doch was Feines. Oder ein... Ach so, das ist Energie. Ich denk mir schon, hey, was fitzelt denn da unten rum? Eine Ratte. Eine gelbe Ratte. Die ziemlich fett ist. Und wo... Haha. Denkst du, du kannst mich töten, was? Da liegst du gar nicht mal so falsch. Oh Gott. Fernseher. Fernseher. Programm ist eh scheiße. Das kenn ich schon. Das hab ich gestern schon gesehen. In der Vorschau. Haha. Dank meinen epischen Ausweich-Skills von gleich gar keinem. Weich ich den episch aus. Und schieß epischer vorbei, als ich ausweich. Na, komm. Kerzenständer. Komm, hier hast du ein paar Kerzen. So grüne, ne? Das hab ich selbst gemacht hier. Mit Wachs gegossen, ne? Hab ich ein bisschen altes Papier mit rein, weil ich das noch klar noch da hatte. Wo meine Form nicht ganz voll wurde. Ich hab noch ein bisschen Blei reingeschüttet. Weil... Mein Klosverstoff, da kann ich das nicht ins Klos schütten. Display. Ja, komm her, komm. Grün ist ja jetzt nicht so meine Farbe. Wobei ich sage, ich mag grüne Augen, ne? Obwohl, die sind jetzt hier dann doch eher rot. Du hast drei Türen. Welche willst du nehmen? Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Ja, ich safe was mal. Und trink einen Schluck. Ich trink einen Schluck. Ah. Na, jetzt hab ich auf einmal 6 Tore komisch. Ah, ich glaube, ich sehe doppelt zwei Monitore. Wie nett von euch, der Direktor. Energie! Scotty, Energie. Aber jetzt muss ich nochmal zurückfliegen, denn das gab so eine Stelle. Äh, nö. Hab ich mir nur eingebildet. So, füllen unsere Energie wieder auf. Fick dich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aber jetzt funktioniert's natürlich nicht mehr so schön wie vorhin. Was heißt schön? Ich hatte doch elf Leben. Ja, das ist bei mir schön, ne? Also elf Leben, ne? Na, wie gefällt dir das? Ey, wo kommt der jetzt her? Der war vorhin nicht da. Cheaterei. Ihr könnt euch verdoppeln, oder was? Stirb, stirb. Keiner ist mehr gewachsen. Ich bin viel zu mächtig für euch. So, aufladen. Aufladen, aufladen, aufladen. Licht, 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 Licht. So viele Lichter, das ist. Ich blende den Fight mit Flares. Primitiver Roboter können sie nicht wehren gegen Flares. Und ich bin froh, dass man hier nicht in die Luft fliegen kann. Hey, guck mal, das ist eine Hochenergieanlage, aber du kannst nicht in die Luft fliegen, egal mit was du draufschießt. Flares. Feuer, Aals, draufhalten. Und danach Zentimeter weiß vorgerückt. So, wie wir es damals in Stalingrad gemacht haben. Und so, wie wir damals Berlin verteidigt haben. Millimeter für Millimeter. Da musste auch mal der kleine Hans-Peter, ne, hier, was machen, ne. Aber ich glaube, ich drifte ab. Und ich habe Schildenergie bekommen. Fällt mir gerade so auf. Bringen wir mal etwas Licht in das Dunkel. Warum kriege ich da schon wieder Homing-Messides? Haha. Tschüss. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich da jetzt gleich lande. Richtig? Richtig. Und ich sehe auch die gelbe Keycard. Und ich habe Caps Lock nicht angemachtet. Gott, die Geräusche machen mir Angst. Ich hätte die nie anschalten sollen. Da war das Spiel viel, viel, viel schöner. Als es noch still war und ruhig. Ungefähr so, als wenn man besoffen im Schnee liegt. Äh. Okay, das kann ich jetzt irgendwie gar nichts sagen, weil ich lag noch nie besoffen im Schnee. Ich lag ehrlich gesagt noch nie irgendwo wirklich besoffen rum, ne. Aber ich kann laden. Und deswegen... Das wünsche ich auch im echten Leben. Boah, diese Viecher, die machen so derbe Damage. Also DPS ist voll krass, ne. Weil die sind voll... Boah, overflowed, ne. Das sollen sie echt mal wach fixen hier, ne. Treffe ich den? Was viel wichtiger ist, trifft er mich. Ich glaube, ich treffe nur die Wand. Ich glaube, da habe ich recht. Toll. Stirbwand. Oh, oh. Und ich bin immer noch mit vollem Health unterwegs. Dummerweise gibt es dir keine Health. Nur Schildenergie. Toll. Gebt mir doch mal was Nützliches. Zum Beispiel Schildenergie. Da sind die ja echt geizig, ne. Und dabei spiele ich doch gar nicht auf so einer hohen Schwierigkeitsstufe. Ich spiele auch nur auf Stufe 3. Von 5. Und wenn es 5 Schwierigkeitsstufen gibt, und es ist ein altes Spiel, dann ist das nie gut. So, jetzt interessiert es mich aber doch irgendwie ein bisschen, was in dem Raum ist. Du weißt doch, was in dem Raum ist. Ich glaube, ich habe keinen von beiden getötet. Hammer! Einer wird längst gegen die Wand geflogen. Die KI cheatet schon wieder. Alter, was soll denn das? Die schießt schon, bevor die Tür über aufgeht. Hä? Ich muss weiter zurück, dann zieht nämlich die KI wieder nicht. Geil, das funktioniert ja echt. Ich sehe es halt auch noch überhaupt nicht, ne. Es ist Unbesiegbarkeit, das wäre cool. Halt echt, wenn wir zu weit... Es ist schön zu wissen, wenn man weit weg ist, zieht eigentlich die KI nicht. Also ich hätte schon gerne diese Unverwundbarkeit, ne. Das wäre schon auch eine schöne Sache. Oh, da haben wir einen schönen Bug im Spiel entdeckt. Den werden wir natürlich mit aller Macht ausnutzen, um unfair zu siegen. Denn Bugs sind natürlich dazu da, um ausgenutzt zu werden. Dafür haben sie die Entwickler eingebaut. Wenn sie nicht wollten, dass man sie nutzt, hätten sie sie nicht einbauen sollen. Ja, dann muss man seine Software immer besser testen, ne. Hier so. Zehnfachen, wo man jemals wieder einnimmt, hier ausgeben dafür, ne. Aber dann können wir nicht einfach ein Loch durch die Wand hier schießen und von hinten angreifen. Oh, weil du nicht durch die Wand schießen kannst. Scheißspiel, ey. Kann nicht mehr durch Wände schießen. Wofür ist denn dann mein Aimbot gut? Ist doch völlig sinnvoll, dass ich die drunter geladen hab. Ein extra live. Das ist alles. Warte mal, da geht's noch rauf und da oben ist... Ah, noch irgendwas. Okay, jetzt bin ich neugierig. Was ist da oben? Voll scheiße gemacht, dass sie da einen Monsterspawner eingesetzt haben. Alles, weiter drausschießen. Dann geht er schon klar. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Speichern! Speichern, sagte ich. Komm schon, speichere. Unwichtig. Stirb. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann.